hallo wie tut man willkommen zurück zu einer folge backen mit hießen und ich habe die grüßung vertrackt weil ich normalerweise egal die leute die sich dieses jahr angucken wissen eigentlich womit ich normalerweise beginne so dann willkommen zu meinem dritten account ich habe ja drei zeige uns gab es jetzt ist mein geld und zwei graus und dieses jahr heißt wir hier sinken project node und der name verrät alles das hier ist das projekt wo ich hier versuche nur am ex und vielleicht doch für den ressourcen gebäuden etwas es bis zu th 11 zu schaffen also mit verteidigung ist nichts ressourcen gebäude nur so viel wie ich vielleicht mal so brauche und ja so ihr dürft schon mal da wetten wo die ersten probleme auftreten werden ob ich das projekt überhaupt durchstehen werde bis zum ende und ja jetzt hier mal meine wette ich wette ich werde große probleme an könig ich glaube ich werde ich auch nur bis zu fünf machen danach werde ich weitermachen bis sobald die die level 10 100 verlesen und alles und ja wobei werde ich noch probleme schätzen ich denke bei der bogey queen und ich denke insgesamt bei einem was irgendwie mit delex zu tun hat da die lexer hier so ziemlich rar ist ja das hier ist dass die ja das max amit ja vier upgrades dazu also update hier mit app to date bleibt so und ja ja im klaren buch wird auch gemäxt also soweit muss ich das gold auch noch vorantreiben und ja steht hier noch gerade das zweite gold lager auf 7 ab und hier die goldmine gerade auf level 500 geht es auch schon hoch auf rathaus 5 läuft würde ich mal sagen da gibt es auch irgendwas dazu zu sagen ja ich werde so ab jetzt jedes max rathaus werde ich hierzu mal so ein video machen und ich glaube bei sowas werden so praktisch ich glaube bei ami max th7 werde ich mal so ein paar troll videos reingehen machen wo ich so in andere clans reingehe und dann mal so frage wie hier so meine base aussieht und alles und weil ich noch verbessern könnte eventuell das das wird extremst witzig sag ich euch na gut das ist dann hierzu dass diese sind zwei minuten er kommen zwei minuten lohnt sich nicht intro und auto voranzusetzen ich glaube das hätte ich jetzt so hochladen na gut dann bis zum amy wächst ja fünf leute ciao nein das video wird nicht bearbeitet ob du da bist dort nicht